... hier sehr genau, auch wenn das nicht immer stimmt, denn es sind einige weiten Zeiten natürlich erst hier in den letzten Tagen vor Rom erzielt worden. Ja, auch sie schafft bei weitem die geforderte Qualifikation nicht. Sie sehen, es ist früh am Morgen, die Uhren stehen hier übrigens im Stadion, ich weiß nicht, was die Römer vorhaben, ob da der Panetta läuft heute Abend auf 6 Uhr auf beiden großen Tafeln, aber die Zeituhren laufen hier, das ist wichtiger. Natalia Jamalowitsch. Untertitelung des ZDF, 2020